Wir brauchen eine echte Allianz für Norddeutschland. Applaus Keinem der norddeutschen Bundesländer wird es allein gelingen, im internationalen Wettbewerb um innovative Unternehmen, die besten Fachkräfte oder Investitionskapital allein zu bestehen. Das Süd-Nord-Gefälle und die Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsregionen können wir nur im norddeutschen Schulterschluss ändern. Dafür haben wir mit allen norddeutschen Industrie- und Handelskammern ein Konzept zur Stärkung dieser Zusammenarbeit vorgelegt. Und drei Punkte erscheinen uns unbedingt erforderlich dazu, nämlich es muss ein neuer norddeutscher Spirit für die ganze Region entstehen, eine themenfokussierte Zusammenarbeit im Norden und die verstärkte Koordinierung der norddeutschen Wirtschaftspolitik sind ebenfalls sehr wichtig. G uponen Sie untertitelung des Kniemars. Wir kommen Kinder aber das zur Stärkung der Qualität sehr durchaus wichtig.